Kuprat Pulev Unser Ziel ist wieder Weltmeisterschaft, wieder Weltmeistertitel. Aber der Titel geht nicht einfach so. Der neue Weltmeister. Pulev hat etwas ganz Besonderes. Wenn ich das noch schaffe, wie ich es bei vielen geschafft habe, dann wird er 100%ig Weltmeister. Gegen Derrick Cisara. Es ist ein spezieller Tag für alle. Für mich, für das Team, für das Team Saarland. Derrick Delbo Cisara! Das Schwergewichts-Duell um die EBU, Europameisterschaft, und das Recht, den IBF-Weltmeister herauszufordern. Für beide die letzte Chance, nach dem Gürtel zu greifen. Kuprat Pulev gegen Derrick Cisara. Das Duell der Giganten. Am 7. Mai aus der Barclays-Card-Arena Hamburg. Live in Sat.1 und auf ran.de.